Tony der Totschläger einzigartig Jetzt hier auf YouTube die einst nicht artig Let's Play ist aus dem Ghetto zu brutal Überzeugt sich doch selbst, abonnier mein Kanal Tony der Totschläger einzigartig Jetzt hier auf YouTube die einst nicht artig Let's Play ist aus dem Ghetto zu brutal Herzlich willkommen meine Freunde hier auf Tony Totschläger TV mit eurem Tony Totschläger Es ist endlich soweit, FIFA 16 ist am Start Und der Tony ist bereit zum durchdrehen Junge Wir wollen richtig durchdrehen hier direkt in Online Draft Habe ich ja gesagt, wir werden FUT Draft auf jeden Fall zuerst spielen Ja, das kennen wir alles schon, wir wissen schon was wir da machen können Möchtest du einen Draft Token verwenden um teilzunehmen, ja So, wählen wir erstmal unsere Aufstellung aus Ja, würde ich auf jeden Fall die bevorzugen Ah, aber das ist Das ist eine Ja, keine 4-5-1 Offensiv Die ist auch ganz geil eigentlich 4-3-3 zurückgezogen Hm 4-3-3 flach Ne, 3-4-3 Oh mein Gott, Alter Ich weiß nicht, da haben wir ein ZM, ZOM, zwei ZMs Ah, keine Ahnung Aber ich würde lieber die hier nehmen auf jeden Fall Gucken, was wir da so reißen können Das gibt's doch nicht Kriegen wir jetzt hier im ersten Spiel direkt Ronaldo? Das ist natürlich nice Und Messi auch Alles LFs und so weiter Achso, den Kapitän müssen wir wählen Ah, ich glaub Da brauchen wir nicht lange überlegen, oder? Ah, Messi hat 95 Dribbling Hm Ja, egal Wir nehmen Ronaldo auf jeden Fall Ronaldo ballert schon Ah, warum kommt er denn hier auf die Bank, Alter? Ja, egal Dann lassen wir den erstmal auf der Bank, würde ich sagen Ah, wir gehen jetzt von unten nach oben Wir suchen uns hier erstmal unseren Torwart aus Gucken, wen wir kriegen Ah, hier ist schon direkt einer aus der Spanischen Liga Da könnten wir eigentlich drauf aufbauen Wie sieht er denn aus? Ja Richtiger Hafensänger Ja, so Ja, mal gucken Hier gibt's nur einen aus der Liga BBVA Fährmann ist auch am Start Der hat auch ganz gute Werte Der hat sogar viel bessere Werte Ah, wie groß ist der denn? 1,96 und der hier? 1,89 Hm Nehmen wir mal einen deutschen Torwart Egal Mal gucken, vielleicht habe ich ja Glück und ziehe hier Boateng Das wäre richtig geil Aha, das war so klar Das war einfach so klar Ähm Hier haben wir aber wen aus der Liga BBVA Ist das schon mal gut, weil wir Ronaldo am Start haben Könnten wir darauf aufbauen Den nehmen wir glaube ich auch Wie groß ist denn der? 1,93 Ha, der hat auch ganz gute Werte Den nehmen wir auf jeden Fall Da müssen wir hoffen, dass wir jetzt einen deutschen Verteidiger hier kriegen Und wir kriegen auf jeden Fall einen Damit die Chemie hier ein bisschen mehr ballert Wir nehmen den Martinez Das war ein bisschen langsamer Aber ist schon ein geiler Verteidiger auf jeden Fall Sag mal, ja 7 Chemie Ja Kann man nichts machen Aber ist schon in Ordnung Auf jeden Fall Vielleicht kriegen wir ja noch unten in der Auswechslung irgendwie einen geileren Spieler Den wir dann einfach austauschen können Ah Hier haben wir auf jeden Fall wieder jemanden aus der BBVA Den werden wir auch nehmen Weil ich glaube, darauf baue ich jetzt einfach auf Ja gut, die sind auch beide Spanier Das habe ich gar nicht bedacht Aber sauber, dann hat der E10 Chemie Das passt einfach perfekt Würde ich mal sagen Das ist sehr, sehr nice Kommt schon Auch noch einer aus der BBVA Ja, sauber So wollen wir das hier ja sehen, Alter So wollen wir das sehen, meine Freunde Nehmen wir hier noch einen chilligen Silberspieler Als rechten Verteidiger Jetzt hat man ja den ZDM Nur ein Deutscher Legasier Russische Liga Barclays Premier League Mist, ey Da müssen wir auf jeden Fall Erstmal irgendjemanden nehmen Gucken wir uns mal nach den besten Werten um Ist ja ein ZDM Also denke ich mal Oh, der hat auch eine gute Physis Aber ich glaube, Garcia ist hier der Beste, oder? Ja, Garcia ballert am meisten Und, ah, ich Jedes Mal vergesse ich das Er hat ja auch eine spanische Flagge Das heißt, er hat auf jeden Fall etwas mehr Chemie Dadurch, dass Hier der Martinez am Start ist Er ist bis jetzt schon ein ganz geiles Team, Alter Ist mir wieder gar nicht aufgefallen Ah, Gündogan Aber da wir jetzt Für die Spanier aufgebaut haben Zeig mal ja Brauchen auf jeden Fall einen Brasilianer Spanier Oder Jemanden, der in der BBVA spielt Zeig mal ja Ah, Kacke Brasilianer haben wir auch nicht am Start Hm Egal, dann Würde ich sagen Nehmen wir Nehmen wir Gündogan, Alter Kacke einfach drauf Ist egal Wir können mit alles spielen Oh, Iniesta am Start Und Guarin Wie geil ist das denn? Guarin in Form Und Vidal, Alter Das ist ja traumhaft Das ist brutal Oh, wen nehme ich denn jetzt am besten, ey Iniesta wäre natürlich die beste Möglichkeit hier Um ihn auf 10 zu bringen Ah, warum kommt denn Dings nicht? Der müsste doch auch eine 10er Chemie so haben Er hat doch zwei Links auf jeden Fall Espanol, Espanol Ah, er hat sich auf jeden Fall Ach, er hat sich nur etwas verbessert Er war ja noch schlechter vorher Ja, das lassen wir so auf jeden Fall Dann nehmen wir Iniesta Sehr gut Gucken, wen wir hier kriegen Oh, schon wieder richtig geile Spieler auf jeden Fall Götze Ja, Götze Könnten wir nehmen, um einen Link zu Dings zu schaffen Wie heißt er? Ja, das wäre natürlich perfekt, ne? Gleiche Liga Gleiches Land Wäre schon nice Hm Egal, wir können Götze ja erstmal nehmen Weil Ich sehe hier sonst sowieso keine Option Ist kein Spanier dabei Nix Zeig mal Oh Wollen wir mal Nochmal gucken Kein Spanier Kein Dortmunder Deswegen können wir Götze ruhig nehmen Aber hier Das wählen wir trotzdem einfach aus Ah, Musa, Junge Der Durchdreher Das ist so eine Pace-Hure Gucken, was ist das hier? Da haben wir auf jeden Fall wieder Der Liga BBVA Das wäre natürlich perfekt Das hatten wir so für Werte Heute gehen, aber die sind einigermaßen stabil Würde ich mal behaupten Den nehmen wir auf jeden Fall Wenn wir den zusammen mit Ronaldo in den Sturm Ach, ich kann die Position noch nicht tauschen Aber hinterher bestimmt Wenn wir den mit Ronaldo in den Sturm stellen, ne? Das wäre schon nicht schlecht Glaub ich Du kannst Spieler nicht mit einer leeren Position tauschen Achso, okay Und wenn kann ich den halt mit Ronaldo noch mal tauschen hier Machen wir alles kalt so, ne? Was? Warum fällt denn da direkt die Chemie? Ist doch voll Quatsch Das verstehe ich aber jetzt nicht Ronaldo spielt doch auch in der BBVA Das ist auf jeden Fall seltsam Weil Das müsste ja eigentlich Ja gut Ne, eigentlich ist das ja genau das gleiche, ne? Spielt in der BBVA Und Der Typ hier oben ist ja auch kein Spanier Hm, komische Logik Aber egal Gucken wir mal rein Remi Wen haben wir denn da? Ja, wieder gar keine Das ist auf jeden Fall brutal Ja, dann nehmen wir hier irgendjemanden Und den können wir dann auf jeden Fall austauschen Parkschlis Premier League MLS Serie A Dann nehmen wir hier Remi Einfach haben wir noch wen Schnelles Den können wir dann einfach Können wir die beiden hier tauschen? Ja, sauber Den können wir dann einfach hier austauschen mit Ronaldo So Jetzt haben wir schon mal 81 Chemie und ein 83er Team Ach, das hört sich doch schon sehr gut an Auf jeden Fall für das erste Spiel, würde ich mal sagen Hm Der Stegen Ne Hä Wen haben wir denn in Thor? Wieso kann ich das jetzt nicht mehr sehen? Ah, nein Wer war denn da unten im Thor? Keiner außer BBVA, oder? Ich weiß es gerade gar nicht Ich weiß gar nicht, ob ich die Chemie damit verschlechtere Auswahlvorschau, ey Da muss ich auf jeden Fall nächstes Mal ein bisschen besser gucken Aber Ding ist, Alvis spielt auch Spielt auch in der BBVA Ja, keine Ahnung Wen wir da nehmen Ich glaube wir nehmen Ter Stegen, oder? Ist auf jeden Fall ein brutaler deutscher Keeper Jetzt kann ich es hier sehen Javi Martinez Ja, weil die zusammen Ja, weil die zusammen in Deutschland spielen Ah, siehste, hätte ich Alvis genommen, wäre natürlich perfekt Ach Mensch Das ist natürlich jetzt ärgerlich Hätte ich das gesehen, hätte ich Alvis genommen Mal gucken, was hier noch so kommt Mandy Ist das ein zentraler Mustafi Ja, dann packen wir Mustafi rein, würde ich sagen Für Martinez Ist auch, glaube ich, ein bisschen schneller Und dann passt das doch mit Ter Stegen Alter, wo spielt Mustafi? BBVA Perfekt, Alter Ja, das ist doch auf jeden Fall mehr als perfekt Tauschen wir ihn gleich hier mal aus Bam Gibt's gleich mal drei Chemiepunkte oben drauf Bam Ter Stegen ins Tor Sauber Haben wir schon eine 87er Chemie Boah, ist ja ein krankes Team auf jeden Fall Heftiger Schiet Ja, da brauche ich auch nicht lange überlegen Da werden wir auf jeden Fall den Pepe mitnehmen In unsere BBVA-Abwehr Den klatschen wir da direkt rein Ohne Kompromisse Was? Ah, nee, doch nicht Da verliert das Team direkt an Chemie? Hä? Bestimmt hier wegen dem ZDM Ja, wir müssen auf jeden Fall einen besseren ZDM uns erstmal packen Ja, ja, ja Nein, ich will nicht beenden Wir brauchen einen besseren ZDM Motta Ja, sauber Sauber Wir müssen hier Chemie schaffen Sonst Sonst passt das nicht So wie wir das haben wollen Und ich glaube jetzt ist Hä? Das peile ich aber nicht Spielen doch alle, glaube ich Na, okay Ja, doch Doch, alle links in die spanischen Liga Was ist denn da los? Warum wird denn die Chemie um drei schlechter dann? Das ist doch vollkommener Quatsch Das ist auf jeden Fall vollkommener Quatsch Hm Miralas Ah, können wir nicht wirklich irgendjemanden gebrauchen Aber wir nehmen William mal einfach mit Wir brauchen auf jeden Fall Ein ZDM noch Außer Premier League Äh, außer Premier League Außer Barclays Junge Außer BBVA, Mann Das labere ich da die ganze Zeit Oh, Gevinio Ha, nehme ich auf jeden Fall Gevinio mit, ne Dem würde ich dann auf jeden Fall Keine Ahnung Vielleicht vorne noch mit einwechseln Komm schon ZDM Einen guten Außer BBVA Ah, war klar Dass ich den wieder nicht kriege Ah, Lichtsteiner Komm mit Hast dein Gesicht so oft gezeigt Ah, jetzt kriegen wir voll die Bauernspieler hier Ah, egal Nehmen wir hier den Risse, Alter Der reißt richtig auseinander Rodriguez Hm Hector ist hier am Start Den nehmen wir einfach mal mit Guter Nationalspieler auf jeden Fall Adebayor Piatti FC Valencia Hm Wieder kein ZOM Außer BBVA Ich hab bestimmt einen übersehen Hätte ich mal ausgetauscht für Götze Damit Rominaldo volle Chemie bekommt Sonst bringt er uns gar nichts Ah, Mist, ey Da haben wir dann auf jeden Fall ein bisschen Mist gebaut Würde ich sagen Packen wir einfach mal rein 90 Chemie Chemie und 83er Wertung Aber das mit Rominaldo Das gefällt mir da oben auf jeden Fall gar nicht Und das liegt auf jeden Fall an Götze Ah, das ist natürlich blöd jetzt Das ist richtig blöd Hätte ich mal auf einen geilen ZOM geachtet Das ist jetzt auf jeden Fall voll der Quatsch Weil der kriegt hier überhaupt nicht genügend Chemie Richtig wenig, Mann Extrem wenig sogar Hm Das ist aber geil Dass man hier so überlegen muss und so Das ballert auf jeden Fall Ja, er ist auch ein LF Deswegen Denk ich mal Bekommt er auch die volle Chemie nicht Aber ich würde sagen Wir wechseln den einfach ein, oder? Wir wechseln ihn einfach ein Haben wir hier irgendwen, der Der noch eine bessere Chemie verursacht Durch Glück? Ja, ihn ja So, dann packen wir Rominaldo Warte Rominaldo Für Für Fährmann Aber die können hier draußen bleiben Das ist im Endeffekt egal Ja, damit ist unser Team fertig Würde ich mal sagen Er hat trotzdem oben nur drei Chemie Aber wenn wir ihn einfach einwechseln Dann ist er sowieso Sonst haben alle fast über sieben 91er Chemie Ein 80er Sterne Bewertung Also ich glaube Dass wir schon mit diesem Team Was reißen können Das ist nicht meine Lieblingsaufstellung Ich hätte lieber die gehabt Die ein bisschen gespreizt ist Mit L und M Aber Dann würde ich sagen Alter Sehen wir uns im nächsten Video Meine Freunde Weil das war erstmal Der Squad Builder hier Und Ich will euch die Spannung Auf jeden Fall aufrecht halten In FIFA 16 Wird durchgedreht Der Toni hat euch das Auf jeden Fall versprochen Und Dann würde ich sagen Haut da Abgeschminkt Junge Und denkt dran Pro Club kommt Es kommt Ach was weiß ich Ihr werdet sehen Alter Ich spiele jeden Modus Und nehme alles auf Alter Jetzt wird richtig durchgedreht Junge Der Toni ist auf jeden Fall Back in the Business Alter Bizeps Boy Junge Bizeps for the Building Alter Das ist das Bis zum nächsten Mal